Wenn der Mann erlaubt, dass die Frau studiert in Deutschland, was soll man studieren, was der Oma hilft? Zum Beispiel Medizin sollte eine Frau studieren, sodass sie Muslimas oder Muslimat sozusagen behandeln kann oder ähnliches. Das ist ein gutes Studium. Oder Lehramt oder ähnliches, dass sie als Lehrerin arbeiten kann oder solche Sachen.